Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Atze, bist du da? Ja, ich bin da. Und zwar mit mixed emotions, mit gemischten Gefühlen. Ich will heute Großes. Ich will alles niederreißen und alles neu aufbauen. Ich will alles. Will ich zu viel, frage ich dich jetzt? Ich bin fassungslos, weil mit so einem Einstieg habe ich de facto nicht gerechnet. Das klingt so vielverheißend, vielversprechend. Du meinst, wir sollten heute das ganz große Fass aufmachen? Ja, wenn man es so ankündigt, passiert es ja nie und umgekehrt. Aber ich bin ja Heuschnupfenallergiker wie du und das führt bei mir dazu, dass ich Teile des Tages quasi mit dem Kopf in der Erde bin. Ich will nichts sehen und hören. Bei mir schlägt es immer so aufs Gemüt. Dann mache ich ein Mittagsschläfchen und dann denke, ich könnte schon wieder hier Bäume ausreißen und bereite quasi die Siegerrede für die Oskarlab-Verleihung vor. Ja. Ach, das ist, ach, dieses Gefühl auf und ab. Naja, komm. Also mein Mindset ist ja sowieso immer ganz positiv, aber hin- und hergerissen. Ich könnte heute die größten Themen besprechen und mich gleichzeitig über den Schokoladenkrümel kaputt lachen. Ja, das ist, das finde ich total gut. Ich bin dabei und sage jetzt schon mal, wir nehmen demnächst ein Song auf. Und, und, pass auf, ich habe schon eine super Idee. Ich habe schon eine gute Idee. Guten Morgen, Allergiker, wie geht's euch? Ja, ja, ja. Guten Morgen, Allergiker. How are you? Genau. Also, wenn das so ist, dann grüüße ich den Mann, der als Bundesbauminister der Ganja-Regierung von Kiffhausen den Hashtag alle ganz dicht machen erfunden hat. Der Mann, meine Damen und Herren, der Diogenes in die Tonne getreten hat und der von sich behauptet, ich war schön, reich und wahnsinnig attraktiv, aber dann klingelte der Wecker. Meine Damen und Herren, die pazifistische Strandhaubitze des Humors, immer voll, aber friedlich und daneben, hier ist Comedy-Titan Atze Schröder, den ich grüße, ich grüße dich. Wunderbar, da waren schon wieder schöne Dinger dabei, muss ich mir schon fast wieder notieren, herrlich, herrlich. Ich möchte an eine sehr junge Tradition anschließen und bin heute in der Gedichtwelt mal wieder unterwegs. Nein, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich habe hier ein Libretti für dich geschrieben. Ich mochte seine Songs immer. Und ich werde es dir gleich vorsingen, also sozusagen als Begrüßung. Lehn dich zurück und genieße, ja? Ja, ja, ich verspreche es. Es ist sehr künstlerisch, so viel kann ich schon mal sagen. Ich habe mir keine Fesseln angelegt, ich sprenge hier alle Kroketten, wenn es sein muss und das ist Kunst in Reinform, die ich dir hier bieten werde. Also, stell dir eine Riesenbühne vor, am besten die Mailänder Skala. Du als einziger Gast im Publikum. Ich komme nackt auf die Bühne, mein Körper gestellt, weil ich die letzten vier Monate ausschließlich mit Tanz verbracht habe, um dieses Stück einzuüben. So, das Licht geht aus, die Spannung steigt. Während du dich noch fragst, was jetzt wohl wieder kommt. Ein Scheinwerfer, bühnenmittig, scharfe Kante und dann springe ich auf die Bühne und hier mein Libretto. Als ich noch fliegen konnte. 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 Ende, Applaus. Das finde ich zauberhaft. Vor einer Woche hatte ich es fast fertig, aber ich wollte warten, bis es ganz fertig ist. Ja, und der Erfolg gibt dir recht. Ja, jetzt kann man ja, ich kann es ja nicht vor Publikum jetzt aufführen, weil ja im Moment alles geschlossen ist, aber. Ja. Ja, und damit begrüße ich dich, mein lieber Freund. Die Hilti, deutscher Humorbohrmaschine. Till Edward Thoneder, da ist er, da ist er, das ist er, da ist er, da ist er, da ist er doch. Dein Körpergestell, dein Körpergestell, bei diesem Libretti und nackt auf der Bühne tanzend, es ist schon nur Jeff Schröder sozusagen, schon solche Aktionen, so wie nur Jeff Schröderischer. Wobei ich, wenn du, ich sehe dich da auch noch in diesen Ballettschüchen, muss ich ganz klar sagen. Ja, ja, so war es ja auch gedacht, ne? Ja, ja, das ist schön. Also nackt, bis auf die Ballettschüchen, ne? Ja. Und da kam mir, jetzt habe ich mich da, ich habe mich so verloren in dieser Welt und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich das noch ergänzen. Alle brauchen jetzt starke Nerven, so viel kann ich schon mal sagen, du auch. Ich möchte dich an den großartigen Ivan Rehbrov erinnern. Kannst du dich noch an Ivan Rehbrov erinnern? Ob, das fragst du mich, Ivan Rehbrov, der, egal wenn es so, in irgendeiner Winterzeitsendung des ZDF, saß Ivan Rehbrov immer irgendwo auf so einem Schlitten, fuhr durch seine Winterlandschaft, hatte seine Felsmütze auf. Ja, sein langer Bart. Ja, ja, und dröhnte mit seinem Bass irgendein, was weiß ich, vermeintlich russisches Volkslied. Ja, er war ja unser Russe. Er war, immer wenn es russisch wurde im deutschen Fernsehen. Und das ist so witzig, da bin ich drauf gestoßen über mein Werk. Dann kam Anna Tevka, die Operette Anna Tevka war ja fest mit Ivan Rehbrov verbunden. Und Ivan Rehbrov, der hat doch wirklich, also als Kinder haben wir ja immer gedacht, die Welt geht unter, wenn der gesungen hat. Oma wollte den immer sehen und dann hieß es immer, weg da vom Fernseher, Ivan Rehbrov. Ich war ja wirklich bis vor ein paar Jahren davon überzeugt, dass er Russe war. Ja, unbedingt. So hat man sich den russischen Zaren ja auch vorgestellt. Und er war für alle russischen Momente zuständig. Und kannst du dich noch, wenn ich einmal reich wäre, lalalalalalalala. Ja, unbedingt. Ja, herrlich, herrlich. Und wusstest du eigentlich, wie er mit bürgerlichen Namen hieß? Ich weiß es tatsächlich, er heißt, das habe ich mir irgendwann gemerkt, Hans Rippert. Richtig, richtig. Hans Rolf Rippert. Und weißt du, warum er wie aus Hans Rippert Ivan Rehbrov wurde? Nee. Weil das russische Wort für Rippe ist Rebro. Und die Entsprechung zu Hans ist Ivan im russischen. Und deshalb Ivan Rehbrov. Genial. Und der hatte 93, war er im Guinness Buch der Rekorde, als Mensch mit dem breitesten Stimmumfang. Viereinhalb Oktaven. Wahnsinn. Viereinhalb Oktaven, das sind 32 Töne, glaube ich. Oder zum Beispiel 32,5. Ja, in Euro, 62,50. Er konnte ja sehr tief und konnte aber auch ins Falsett wechseln. Weißt du noch, dieser wertige Mann, diese Naturgewalt mit dieser Pelzmütze immer. Und dann, wenn er Falsett unterwegs war. Und da möchte ich dir einen Song, den habe ich nie auswendig gelernt. Den habe ich wirklich nur vom Spielen im Wohnzimmer, wenn Oma diese Sendung geguckt hat. Und hat er sich bis heute in meinem Großhirn festgeklammert. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen. Denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen. Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh, ist Schweinespeck. Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh und Schweinespeck. Applaus. Großartig, meine Damen und Herren. Ich, nein, Ivan, du Ivan, ich freue mich, dass du bei mir in der Show bist, du. Nein, du, wir beide, wir kennen uns ja schon seit der Belagerung vor Wien. Meine Damen, wann war das 1873 als, nein, du, ich freue mich, der Ivan. Ja, ja, ja. Ja, jetzt musst du aber noch fragen, Ivan, was sind deine nächsten Pläne? Du, sag mal, Ivan, du bist natürlich heute bei mir in der Show, aber wohin zieht es dich in den nächsten Wochen? Was steht da im Busch, was liegt an, mein lieber Freund? Ja, wir haben jetzt Proben in Wien am Burgtheater für Anna Tevka. Ich glaube, auf seinem Grabstein steht, glaube ich, einfach nur Anna Tevka. Oh Gott, ist das lustig, ey. Ey, wir werden, wenn wir wieder auf Tour gehen, dann werden wir eine Ivan-Rebrov-Ecke machen. Ja, unbedingt. Und wir machen eine Alexander, Peter Alexander und Ivan Rebrov. Ich habe die alte Russenmütze doch noch, bitteschön. Ja, bitte, bitte, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Da muss ich auch nicht mehr tanzen, sagen wir mal mit mir rückwärts singen, das hat eh nie geklappt. Ja, aber es war auch immer sehr schön. Ja, ich weiß, vor allen Dingen, wenn du hinter der Bühne gestanden hast und den von Lachen fast in die Hose gemacht hast, weil er wieder in die Buchse gegangen war. Aber weißt du, unser Onkel Alfons, der pflegt dazu, sowas immer zu sagen, der singt doch den besten Hund kaputt. Ja, ja, genau. Der singt doch den, ja, hier, macht den, der mattert mal weg, der singt doch den besten Hund kaputt. Mein Vater, der hatte auch mit, ich weiß gar nicht mehr, wie der mit Vornamen ist, Glöckner, Franz Glöckner, glaube ich. Der spielte, der hatte so Ausmaße von Ivan Rebrov, spielte aber gerne mal Altsachsophon. Das sah in seinen Händen immer aus wie so ein, ja, wie so eine Kinderflöte. Und der meinte auch, ab und zu mal eine Nummer singen zu müssen und ich werde nie vergessen, wie mein Alter immer beiseite genommen hat, hat gesagt, Franz, du hast eine wunderbare Stimme zum Mettwurstessen, aber ansonsten rate ich ab. Zum Mettwurstessen, was ist das denn schon wieder für ein absurder Vergleich? Ja, meine Damen und Herren, damit begrüße ich Sie hier mitten im Geschehen. Es ist schon fast wie eine Operette bei den Zärtigen-Cousinen. Liebe Cousinen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Du hast eine Stimme zum Mettwurstessen. Oh Gott, ist das lustig. Apropos Mettwurst, komm, ich bring das mal gleich am Anfang hinter uns. Unsere Fame-Forest-Schorle läuft wie bescheuert. Und ich wurde eben schon von unserem lieben Freund Jan-Peter Schierhorn informiert, dass wir jetzt schon 500 Bäume in deinen Witze-Wald zusätzlich stellen können in Neversdorf in Schleswig-Holstein, meine Damen und Herren, wo dein Witze-Wald ja steht. Also, es wurde schon so viel von der Fame-Forest-Zärtliche Cousinen-Schorle bestellt, dass wir 500 Bäume dazu packen können. Ja, das ist doch sensationell. Ja, wo andere von Klimaschutz reden, saufen wir ihnen herbei sozusagen. Herrlich, oder? Ja, mit unseren Cousinen zusammen. Deswegen sage ich jetzt gleich am Anfang nochmal, wer die Schorle auch bestellen möchte, der kann das tun. Geht auf fame-forest.com. Dort werdet ihr sozusagen an die richtigen Stellen geleitet. Oder ihr könnt gleich zu unserem Freund Timo Wolf, wolfweine.de, Wolf mit Doppel-F. Ja. Da könnt ihr auch hingehen, da könnt ihr sie auch bestellen. Da gibt es eine Rubrik Atze. Da ist eine Sonnenseite, die man bestellen kann, die ja auch für einen guten Zweck ist. Und auch unsere Cousinen-Schorle. Da haben wir das gleich am Anfang weg. Wir danken schon mal allen, die es getrunken haben. Es ist lecker. Und 500 Bäume, einfach super. Es ist wirklich saulecker. Deshalb bestellt man eine Kiste. Es ist am einfachsten bei Timo Wolf. Ich habe jetzt mehrere Bekannte, die haben es dann schnell bestellt. Eben bei Timo. Und am nächsten Tag war sie schon da, die Kiste und der Baum. Wir können hier, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, es ist lecker. Und wir gehen ja stramm auf die 100 zu, mein Bester. Wir gehen stramm auf die 100. Sendung zu. Und ich denke, da werden wir mal so eine Kiste einfach auch mal verlosen, oder? Ja, gute Idee. Stramm auf die 100 gehen wir zu. Meine Güte, ey. Sag mal, Aufreger der Woche, wir müssen es ansprechen. Mal ganz eben, ganz schnell. Alles dicht machen. Wo warst du? Man muss das ja mittlerweile immer so episch machen. Wo warst du? Das ist ja immer so, wenn Tschernobyl, was ich ja auch jetzt, glaube ich, zum 35. Mal. Oder 9-11. Da wird auch gefragt, wo warst du, als die Flugzeuge in die Türme eingeschlagen sind? Ja, Fall der Mauer. Genau, wo warst du denn, mein lieber Atze, als dich die ersten Vorboten von alles dicht machen erreicht haben? Ich habe ein Tagesticket gebucht bei Sky und habe die Bundesliga-Konferenz geguckt. Und in der Halbzeitpause war ich so am Goggeln und denke mir, was ist denn jetzt schon wieder los? Und sehe als erstes, also ich sage nur Jan-Josef Liefers als Überschrift. Ich denke, was hat er denn jetzt schon wieder? Ja, man hat ja die, wenn ich ihn sehe, habe ich immer nur Angst, dass er anfängt zu singen. Weil da kriege ich hektische Flecken und meine Güte. Ja, aber ich wollte... Später, wo du gerade sagst, fängt an zu singen. Ich war in einer Fernsehshow, den Titel und was da passiert, habe ich glaube ich verdrängt. Eine viereinhalbstündige Samstagabendshow für den guten Zweck. Oh Gott. Und ja, und es wurde spät und später und ich weiß nur noch, in der Runde saß auch Manuela Schwesig, die damals Bundesgesundheitsministerin, Familie und Gesundheit. Aha. Oder wie Gerhard Schröder gesagt hat, Familie und Gedöns. Hat er doch wirklich mal gesagt. Hat er echt gesagt? Er wusste es nicht mehr genau. Er hat gesagt, ja, ja, die macht Ministerin Familie und Gedöns. Schön, despektierlich. Ja, und sie ist ja jetzt Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und damals in voller Blüte, nicht nur ihres Amtes, sondern ist ja eine schöne Frau. Und da haben wir uns immer so, die ist auch gut drauf, das muss man sagen. Wir haben uns zwischendurch immer so geneckt und das war so, auf dem Sofa haben wir so den Abend rumgekriegt und Jan-Josef Liefer saß da auch und man war immer Pate für bestimmte Wetten. Was weiß ich, so ähnlich wie bei Wetten das, aber eben ganz was anderes. Naja, auf jeden Fall wussten wir, ganz zum Schluss singt Jan-Josef Liefer es noch mit seiner Band. Und wir durften vorher nicht weg und irgendwann fängst du ja auch an, den zu hassen, so nach dreieinhalb Stunden, wenn es überhaupt nicht mehr weiter ist. Und dann sang er zum Schluss und dann stellte sich heraus, die Angst, die wir vor diesem Finale hatten, war nicht nur begründet, sondern noch völlig untertrieben. Aber in der Sendung habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass so eine Manuela Schwesig, die noch relativ junge Ministerin war, du kannst so einen Politiker nicht einfach abduschen in so einer Sendung. Also ich versuchte so einen kleinen Spruch so in ihre Richtung und was weiß ich, so als Familienministerin und sie sagte so ganz süffisant zurück. Ach Herr Schröder, wir machen nicht nur Gesundheit und Familie, wir kümmern uns auch um die Senioren. Damit war ich schon komplett abgeduscht. Naja und Jan-Josef Liefer ist eigentlich immer nett bei solchen Gelegenheiten. Ich habe ihn ja letztes Jahr noch in der NDR Talkshow getroffen. Aber es blieb immer so ein leichtes Fragezeichen, was ich jetzt als richtig herausstellen sollte. Erzähl du mal, wo hast du es erlebt, wie hast du es erlebt? Ich habe tatsächlich auch zu Hause gesessen, so wie du und auf einmal sah ich, habe ich auch irgendwas gegoogelt und tatsächlich und irgendwann merkte ich beim Facebook durchscrollen kam der erste Hinweis und dann bin ich auf Tagesschau gegangen und dann, ja, dann habe ich mir tatsächlich ein, zwei, drei Videos dann davon angeguckt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, ich fand erst mal, was doch auffällig war, war diese Selbstergriffenheit aller Darsteller, oder? Ja, gut, das sind Schauspieler, damit muss man rechnen. 53 Videos waren es übrigens. Ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht und habe mit Heike Makatsch angefangen. Ja. War das auch schon so staatstragend? Das, nee, das war gar nicht staatstragend. Sie saß dann einfach in so einer wahnsinnig, es sollte so ein bisschen exklusiv sein, das Zimmer, in dem sie saß. Ja. So im Hintergrund war der Klassiker von Ligné-Rosé zu sehen, die Togo-Couch. Ja. So in Leder und sie saß eben halt voll geschminkt, voll super fertig gemacht in so einer sozusagen so auf so einem cremefarbenen Teppich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und guckte also wie so ein weitwundes Reh in die Kamera in dieser wunderschönen, in diesem wunderschönen Zimmer, alles so ein bisschen warm und hatte dann ihren Text auswendig gelernt und das ist... Na immerhin. Ja, ja, ja. Und ja, aber so wirkte das auf mich auch. Ich habe einfach nur gedacht, was will sie denn jetzt von mir? Was hat sie denn? Weißt du dieses... Ja, ich weiß... Weil es war ja klar, dass das nicht ihr... Also wenn sie gesagt hätte, wissen Sie was, guten Tag, ich bin Heike Makatsch, ich sitze jetzt hier und ich möchte mal sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Hier sind so ein paar Sachen, die geraten meiner Ansicht nach durcheinander oder so oder so oder was weiß ich, aber so wie das aufgemacht war, habe ich einfach nur gedacht, was will sie denn jetzt von mir? Und naja, dann habe ich noch ein paar andere geguckt und man kann meines Erachtens viel darüber nachdenken und man darf auch viel sagen, was heutzutage vielleicht falsch gelaufen ist in diesem ganzen Jahr. Und man kann jetzt schon zwei Leute zitieren, Jens Spahn, der gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen und ich möchte auch Micky Beisenherz zitieren, der gesagt hat, wir werden auch viel löschen müssen. Micky, Shoutout an dich, den fand ich sehr gut. Darf ich mal Ralf Rute, den Karikaturisten zitieren? Sehr gerne. Das habe ich mir gemerkt, weil das waren so meine Gedanken auch dazu, er ist nur besser auf den Punkt gebracht. Ralf sagt, stell dir vor, du versuchst mit süffisanter Überheblichkeit und null Lösungsansätzen eine Pandemie zu stoppen, obwohl du mit deiner Reichweite und Bekanntheit auch echt viel Gutes anstellen könntest und dann gefällt es den Leuten nicht. Traurig. Ja, 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 ja. Also ich dachte auch, Richie Müller, den ich als Schauspieler, man ist natürlich, es ist natürlich auch oft so, du hast natürlich eine Projektion. Die Projektion sagt einfach nur, Richie Müller, den finde ich immer so geil in seinen Filmen. Da muss man ja grundsätzlich erstmal sagen, dann wünsche ich toi toi toi, dass er das auch hält, wenn du ihn privat triffst, weil das wird einem mit uns so ergehen, mit immer, wenn du Prominente oder Künstler, was weiß ich, triffst, da denkst du ja immer nur, hoffentlich sind die auch so, wie du dir das zu Hause vorgestellt hast. So, jetzt habe ich nur gedacht, wie er da so ganz dramatisch in die Tüten ein- und ausatmete. Da war mal tatsächlich mein erster Gedanke, oi, 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 vielleicht nicht so lustig, wenn ich gerade selber an so einem Beatmungsgerät hänge oder gerade jemand oder als Pfleger jemanden betreue, der, ja, was ich allerdings sehr schlimm fand ist, und das ist aber, glaube ich, das ist, glaube ich, die wahre Koks unserer Zeit, dass es nicht einfach gesagt, oh, das fand ich nicht so gut oder, äh, sondern, äh, dass sowohl die Ablehnung in Hass und Morddrohungen und Berufsverbote umschlägt und die Zustimmung auch, äh, naja, genauso exzessiv ist, als ob es, äh, nichts anderes gäbe, ne? Ich habe einfach nur gedacht, man sollte, oder sagen wir mal so, wir müssen ja oft extrem prüfen, zu wem wir uns ins Bett legen. Weißt du, was ich meine? Total, total, ne? Aber ich weiß auch, worauf du hinaus willst, dass es keine Graustufen mehr gibt, dass es keine Diskussion mehr gibt, keine echte Debatte, sondern End oder Weder, und dieses End oder Weder, das macht mich auch wahnsinnig. Ja, es gibt ja nicht nur Schwarz oder Weiß, und, äh, also, unterm Strich können wir ja sagen, tja, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist, diese Schwarz-Weiß-Geschichte, das ist eigentlich das wahre Tragische in unserer Zeit. Ja, und dass man in so eine, äh, so eine hitzige Debatte auch noch eine Brandbombe reinwirft, aber, komm, ey, wir könnten so lange darüber noch, ne? Wir, was, was haben wir damit zu tun? Pandemie, ey, man hört ja nur davon, unser Eins hört ja nur davon, ne? Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bist du schon geimpft? Äh, nein, ich bin noch nicht geimpft, das sollte aber riechen. Äh, äh, ja, weil ich, ich warte auf ein Impfangebot. Ja. Und, ähm, aber ich habe jetzt von mehreren Seiten schon gehört, dass das alles in den nächsten Wochen passieren kann. Und wofür wirst du dich entscheiden? Astra, Biontech, äh, Moderna oder doch, äh, richtig Geld in die Hand nehmen, Sputnik, Sputnik wie? Sputnik V. Sputnik V. Ich würde ganz gerne Biontech bekommen, aber, ähm, ich, ach, weißt du was, äh, 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 meine ältesten, meine ältesten, meine ältesten Kinder haben, äh, also, ich habe in der Familie Leute, die sowohl Astra als auch Biontech bekommen haben und es ist von allen eigentlich ganz gut vertragen worden. Nein, ich wollte, ich wollte auch einen Witz machen hier, weil egal, was du sagst, weil jeder, jeder ist ja jetzt absoluter, äh, Spezialist für Impfstoff und egal, was du sagst, ui, ja, ich habe, äh, Sputnik V habe ich, au, 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 das tut mir leid, das tut mir leid und ich habe mir jetzt angewöhnt, egal, was gesagt wird, zu sagen, ui, naja, okay, musst du selber überwiesen lassen. Ja, das ist natürlich, oh, ja, oh, dann so die Nachfrage, wieso, wieso, ja, ach, ey, mach dir da jetzt keinen Kopf. Nee. Es, ne, genieß die, genieß die Zeit, die dir noch bleibt. Ist ja jetzt eh zu spät. Ich, mach, nee, mach dir keinen Kopf, äh, mach, lass einfach drei Wochen mal das Internet aus. Ja. Nein, bist du, bist du geimpft schon? Ach, ja, 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 ich bin geimpft, ja, ja, schon seit einem halben Jahr und ich bin damals mit dem ersten Flieger raus nach Dubai, ja, zehn Blatte auf dem Tisch, äh, ich und dann wurde geimpft, da waren sogar eine Woche Hotels mit drin, ja, und großartig, dann haben wir in, äh, in der Mall of the Emirates sind wir noch Ski gefahren und, äh, ja, okay, der Champagner ist ja etwas teurer. Wir singen die Ärzte, es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich. Ja, 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 ja. Und, äh, nein, ist ein Witz, ist ein Witz, ich bin tatsächlich jetzt geimpft, äh, seit einer Woche. Ah, hast du so einen Astra-Slot, äh, bekommen? Genau, ich hab so einen Astra-Slot bekommen, äh, hatte da so ein bisschen Glück, ich hab ja fürs, äh, Testzentrum hier in Hamburg auch, äh, verschiedene Werbemaßnahmen gemacht und dann... Lobenswert. Ja, und dann gab's eben so eine Warteliste und dann nachmittags hab ich da drauf geguckt und für abends wurde, äh, also ich hätte vielleicht drei, vier Wochen später erst einen Termin gekriegt und für abends wurde grad was frei, weil da haben wohl mehrere Leute abgesagt, bevor sie das Zeug wegwerfen, haben sie gedacht, da kloppen wir den Schröder da rein. Ja, sicher. Und Bombenstimmung, ne, Bombenstimmung, Impfzentrum, ich hab mich brav angestellt, ich würd mal sagen so 200 Meter Schlange, aber, äh, und wer mich kennt, weiß, wie gerne ich mich irgendwo anstelle. Ey, Schröder, hinten anstellen. Ja, ja, genau. War ich schon, ist langweilig. Genau, und dann hab ich mich aber ganz brav angestellt und hab mir da so in Ruhe alles reingezogen, weil dann kommt man schon mal in ein Impfzentrum, ne. Top organisiert von OMR, Online-Marketing, Rockstars hier in Hamburg. Und MB Media, glaub ich auch, ne. Ja, aber im Auftrag dann von OMR, ne, die sind dann eben technischer Dienstleister für OMR. Ja, äh, wirklich top gemacht, beste Laune, beste Laune, aber wirklich jeder Mitarbeiter, ganz egal, ob das irgendein Security, der zweimal drei Meter groß war, äh, oder irgendeine Studentin, die da, äh, jetzt gerade mal aushilft, Ärzte, alle super nett. Und, äh, ich war der Jüngste an dem Tag, das will ja auch schon mal was heißen. Ja, Gott sei Dank siehst du ja nicht so aus. Ja, genau. Spielt ihr dann ja in die Karten? Ja, sie wollten mir sogar nichts geben, weil ich zu jung aussah und dann, äh, die Leute kamen alle ins Gespräch, da war so eine super Stimmung. Zwei ältere Männer vor mir, äh, mussten dann sich irgendwann so aufteilen, also die Schlange wurde immer weiter aufgeteilt, damit es eben auch schnell voran ging. Und dann haben die Männer zu dem Security gesagt, ja, wir haben uns hier gerade kennengelernt, können wir nicht zusammen in der Schlange weiter warten? Ja, kein Problem, gehen sie da lang und so. Und dann nach der Impfung, also man wird vorher so ausgefragt, legt den Impfpass vor, legt die anderen Bescheinigungen vor, dann hinterher eine Viertelstunde warten nach der Impfung, man weiß ja nicht, ob es noch Komplikationen gibt. Und in diesem Warteraum gab es nur ein Thema bei den älteren Herrschaften, Männer wie Frauen, wie nett alle sind. Ah. Ey, das war das Thema. Und ich schwöre es dir, die sind als, teilweise als AfD und linke Wähler ins Impfzentrum rein und sind als Grüne und CDU-Wähler wieder raus. Aber echt, das heißt, da war eine gute Stimmung, top. Ja, super. Aber, und, und. Habe ich jetzt, viermal war ich schon da, immer Bombenstimmung. Nein, ich habe jetzt den nächsten Impftermin, der ist zwölf Wochen, bei AstraZeneca muss man ja zwölf Wochen warten. Also im Juli bin ich wieder da. Ja, und wie hast du es vertragen? Ich meine, sagen wir mal so, du bist ja sonst eher der Typ, wenn du deine Leber erschrecken willst, dann trinkst du ein Glas Wasser. Ja. Ja, das kommt ja noch hinzu bei dieser ganzen Diskussion, welchen Impfstoff man kriegt, wenn man sich sonst so reinpfeift. An Fleisch, an Alkohol, an Drogen. Aber du hast es gut, du hast das gut vertragen, Astra. Bestens vertragen. Ja. Und ja, alles gut. Ja. Kann nur, eigentlich nur positives berichten bisher. Okay, die Haare sind mir ausgefallen und ich kann auch nichts mehr bei mir behalten. Und der einzige Name, den ich überhaupt noch komplett kenne, ist Ivan Rebrov. Aber ansonsten keine Nebenwirkungen. Ja, gut. Aber du wolltest doch eh mal zum Friseur gehen. Ja, ich war tatsächlich letzte Woche dann noch beim Friseur. Und in Hamburg ist ja seit über vier Wochen schon ein Lockdown. Das heißt, über vier Wochen musst du auch bei Friseurbesuch und so weiter einen Test vorlegen. Ja. Aber einen ganz normalen Antigen-Test. Der Friseur auch oder nur der Kunde? Nur der Kunde. Er übrigt sich gleich, was du gefragt hast. Weil ich erzähle mal, wie das ablief. Ich komme beim Friseur rein. Er sagt, du getestet? Nein. Ja, wir haben hier drei Euro oder vorne Apotheke? Null Euro. Deshalb gehen wir eben zur Apotheke rüber, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert. Ja. Ich zur Apotheke rüber, draußen schon ein Schild mit so einem QR-Code, den scannt man ab. Ja. Die anderen Rentner, die da rumstanden, hatten natürlich Probleme damit. Das verschaffte mir einen Zeitvorteil, den ich eiskalt ausgenutzt habe. Zack, mal eben schnell ausgefüllt. Dann kam aber auch schon die Apothekenhelferin aus. Nummer 60, das war ich. Zack, getestet. Und dann kriegst du hinterher dein Ergebnis aufs Handy. Ja, sind das diese Hygieneranger? Äh, nee. Das sagt mir jetzt nichts. Ja, wir haben hier einen Test zum Testzentrum, Gutkump. Ja. Da läuft das genauso und das nennt sich dann Hygiene-Ranger. Ach so, das sind aber so private Anbieter, ne? Aber das war wirklich jetzt in der Apotheke. Ah ja, okay. Also von der Apotheke aus. Also das Prozedere ist mir bekannt. Ja. So, wie nennt sich das hier? Freie Hansestadt Hamburg. Ne, Opfer, nur die Apotheke. In dem Fall die Andreas-Apotheke. So, ich dann wieder zum Friseur, das Ergebnis lag noch nicht vor, wurde auch gar nicht mehr weiter nach gefragt, weil mein Gesicht war ja jetzt schon bekannter. Dann kamen aber noch zwei Carpeiken rein und die sagten, mach mal drei Euro, mach mal so einen Test. Da kam er mit so einem Test, den wir auch alle zu Hause haben, dieser Schnelltest. Dann wurde der Test gemacht und ich würde mal sagen, nach 15 Sekunden wurde gesagt, alles klar. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Ich wurde ja auch nicht weiter gefragt. Ich hätte auch irgendein Bild zeigen können von meinem alten Führerschein. Katzenvideo. Ja, kein Problem. Ach, jetzt sind wir schon wieder bei der Pandemie. Ja, aber lustig war es, also sie ist alles sehr lustig, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist tatsächlich, und jetzt wird es unlustig, von einer Bekannten, der Vater, nicht viel älter als wir beide, an Covid-19 gestorben. Oh. Kerngesund. Oh. Viel zu früh. Und die Familie steht unter Schock. Und dann denkst du, naja, wir machen so unsere Witzchen darüber, aber wenn du jemanden hörst aus dem näheren Kreis, da gefriert dir das Blut in den Adern. Ja, das ist es. Wie wir immer zu sagen pflegen, du kannst immer gut labern, Hauptsache du bist nicht betroffen. Ja. Ja, und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Du sagst, das Übliche, du sagst, es tut mir leid und bleib stark, bin für dich da. Was man so sagt, aber, boah, was machst du denn da? Also als Familie, das kommt ja so aus heiterem Himmel, ne? Ja. Naja, und ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil das wäre ja bestimmt, wenigstens eine Folge oder zwei Folgen hier wert, wie geht man mit Trauer um, wie geht man, was macht man mit den Hinterbliebenen? Darf ich dazu was sagen? Bitte. Ich kenne ein wunderbares Buch, was ich gerne immer in solchen Fällen verschenke. Ja. Und das heißt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen google ich das jetzt ganz schnell, aber ich glaube, das heißt, ich sehe deine Tränen. Ja. Ah, okay, gut. Und das ist von, gleich habe ich es, ich sehe deine Tränen von Jorgos Kanakakis, ah, wie heißt denn der richtig, wie wird das ausgesprochen? Jorgos Kanakakis, das ist ein Grieche. Ja. Und das Buch heißt, ich sehe deine Tränen, trauern, klagen, leben können. Dann pack das bitte auch noch in die Shownotes, weil ich glaube, das ist mal wichtig. Ja, ich verschenke das immer selbst. Ich kenne das Buch nicht, aber wo du das jetzt gerade sagst, interessiert mich das sehr, weil ich da mal wieder wie der Ochse vom Berg stand und ich wusste, wie ich mich richtig verhalten soll. Ja, ich habe das damals von einem Psychotherapeuten empfohlen bekommen, mit dem ich befreundet bin. Ich sehe deine Tränen. Ich sehe deine Tränen, genau, von Jorgos Kanakakis, ich bitte um Vergebung, falls ich es falsch ausspreche. Und es geht in dem Buch darum, eben halt, wie man, wie, wie, wie für andere Kulturen trauen. In Griechenland zum Beispiel ist es üblich, dass wenn jemand beerdigt wird, dass jeder, der den kannte und der was auch sagen kann. Und selbst auch Streit ist erlaubt. Man kann also auch da an den Sarg treten und sagen, du Arschloch, das will ich dir mal sagen, die eine Aktion oder worüber man sich gestritten hat. Man darf alles sagen. Wichtig ist, dass alles bereinigt wird. Weißt du? Ja. Also, dass man die guten Sachen, die schlechten Sachen, und der beschreibt so, dass wir oft in unserer Trauer, zum Beispiel, das hat mich immer sehr beeindruckt, ja, warst du bei der Beerdigung? Ja, war ich. Die Witwe, also so eine tapfere Frau, wie die sich zusammengerissen hat. Ja. Und ganz ehrlich, zusammenreißen, das Wort ist schon scheiße. Ja. Warum muss man sich zusammenreißen? Also, warum kann man nicht fluchen, hadern, traurig sein, weinen? Warum, also ob das in Deutschland immer so ein bisschen, man muss da stehen und gefasst sein. Weißt du, was ich meine? Ja, total, total. Ja, das ist ein ganz tolles Buch. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Auf Gleichwohl muss man, glaube ich, damit leben, dass man einfach da auch nicht alles richtig machen kann. Und man muss es auch nicht. Man muss es auch nicht. Aber du kannst ja zumindest einfach dich so geben, wie du glaubst, dass es richtig ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich werde es nicht vergessen, als meine Oma beerdigt worden ist, kam eine Großtante auf mich zu und ich habe so geweint und kam meine Großtante auf mich zu und meinte nur, ach, was heult es denn so rum? Das hätte ich ja gar nicht von dir erwartet. Und alles, was ich so dachte, ist mit meinen 16 Jahren, ich war kurz darauf, der den Hals umzudrehen, weil ich einfach sagen wollte, das ist doch meine Oma und so schräg die auch war und die war schräg, aber es war einfach ein Verlust, den ich in dem Augenblick gespürt habe und über den ich traurig war und keinen Grund gesehen, nicht zu weinen. Ja, ja, ja. Und wie gesagt, jeder sollte einen Weg finden, der für ihn gut ist. Ja. Und vielleicht können wir auch mal die Cousinen bitten. Leute, schreibt uns doch mal über solche Momente, die ihr erlebt habt. Wie ist es euch ergangen, als jemand, den ihr geliebt habt, gestorben ist? Wäre ja auch mal interessant, eure Ansichten, eure Gedanken. Eure Erfahrungen. Also ich habe zumindest erlebt, dass wenn ich dieses Buch verschenkt habe, dass die Leute mir hinterher meistens Briefe geschickt haben. Ja. Bevor wir jetzt zu viel über Trauer sprechen. Ja. Ich will dir mal eben sagen, was so meine nächsten Gedanken waren. Ja, mach mal unbedingt. Wenn so Einschläge eben auch jetzt in dieser Pandemie, wenn die dann plötzlich so nahe sind. Das bringt einen ja zum Denken. Und ich habe gedacht, ey, scheiße. Das ist ja oft dann eben der Gedanke, du musst halt Leben mehr genießen. Und dann habe ich mir vorgestellt, was würde ich denken, wenn ich da jetzt liegen würde. Ein Kopf voller Schläuche und so weiter. Muss ja nicht Corona sein, kann ja auch aus anderen Gründen sein. Und dann habe ich gedacht, das Witzigste oder Absurdeste, was ich denken könnte, wäre, scheiße. Und ich habe vor drei Wochen noch eine Diät gemacht. Okay. Ich stelle mir vor, also ganz egal, ob du jetzt Corona hast oder irgendwo, du liest da Wochen, teilweise Monate lang und denkst plötzlich drüber nach, was du an absurden Dingen im Leben gemacht hast. An eitlen Dingen, was du alles unternommen hast. Weil sowas relativiert doch alles, ne? Ja, natürlich. Wenn du da erstmal liest, dann zählt ja wirklich nur, wie viel hast du geliebt, wie viel hast du gelebt. Und denkst du, wem hätte ich noch was sagen können, wenn er dich noch drücken müssen. Und wie gesagt, ich habe versucht, auf der Handelbank nochmal 120 Kilo zu drücken und so. Und du denkst, wie bescheuert kann ich eigentlich sein? Ja, aber das entspricht doch genau dem, weißt du noch, was wir in diesem Film gesagt haben. Wir denken immer an die Vergangenheit, ne? Ja, früher, da war, weißt du noch früher, weißt du noch früher, wir versichern uns für die Zukunft, zu Tode, Lebensversicherung. Wir planen, du, das mache ich alles, das hat ja noch Zeit, wenn ich erstmal nicht mehr arbeite, ne? Und wir vergessen, über diesen ganzen Driss im Hier und Jetzt zu leben und Spaß zu haben. Ja, hoch die Tassen, ne? Aber eben auch, dann kamen mir die ganzen vielen unglücklichen Beziehungen in den Sinn, die ich so überall beobachte. Was denkst du wohl über deine Beziehung, wenn sie unglücklich ist, wenn du da erstmal liest? Scheiße, Moment verpasst oder, ich weiß es nicht. Ja, oh Gott, ja, das macht so einen Fass auf, ich bin pro Tassenhoch, pro, hast du einen Wunsch, hake ihn ab. Weißt du was, als ich mein, ich habe mir damals doch ein Saab Cabrio gekauft, weil das doch mein Traumauto war, schon seit ich 18 war. Und ich weiß doch, wie meine Mutter zu mir gesagt hat, Junge, so viel Geld, bist du wahnsinnig, warum machst du das? Und ich habe zu ihr damals schon gesagt, und das fand ich sehr weitsichtig für mich, Mama, weil ich es kann und weil ich es jetzt will. Ja. Und ich glaube, das war die beste Antwort überhaupt, weil ich es kann, weil ich es jetzt will, weil es ist erledigt. Hast du einen Traum? Träumst du von irgendwas? Erledige das doch, mach es. Ja, es gibt ja, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, das meint ja dasselbe, take the trip, buy the shoes, eat the cake. Ja, warum hast du, warum hast du dir, warum hast du dir damals das Schiff gekauft? Oh Gott, wie lange habe ich gehadert damit? Oh Gott ey, ich, nein, das kann ich nicht, ich weiß ja, ich komme auch aus kleinsten Verhältnissen. Oh Gott ey, wochenlang, monatelang, oh Gott, darf ich das machen? Das gibt es doch gar nicht, wenn dir alles im Bach untergeht, um Himmels Willen. Mein Gott, was haben wir zehn Jahre lang Spaß gehabt mit dem Bötchen. Ey, das ist es, ganz genau. Meine Erinnerung an diese Zeit ist noch so profund und was haben wir für geile Zeiten auf dem Dampfer gehabt. Ja, ich habe gestern noch davon erzählt, wie wir uns teilweise so Arm in Arm am Boden gerollt haben vor Lachen, weil wir irgendwie irgendwas Lustiges wieder geschrieben haben. Rüdiger Keul an, die Mutti ist gleich ganz böse. Ja, ey und ich weiß, dass du einmal so gegeiert hast, dass du dein Asthma-Spray rausgeholt hast, weil es ging nicht mehr anders. Ja. Und ich weiß so, wie wir voll besoffen über den Steg gelaufen sind, was bei mir ja nun keine große Kunst ist, dass ich voll besoffen bin. Ein Gläschen reicht, ja. Ja, und über irgendwas Trauriges gesprochen haben und dann zusammen mit Tränen in den Augen den Mond angeheult haben. Ja, wir haben ja mal gesagt, das ist unsere schwimmende Bauernstube, mit wem wir da schon alles am Tisch gesessen haben und teilweise Freudentränen und teilweise in der Nacht trunken, dann aber auch wirklich in unseren Seelen gegraben haben und den Mond angeheult, wie du gerade gesagt hast. Ja, und das ist es doch. War doch alles wert. Also sollte man doch eigentlich, eigentlich nicht nur, wenn es zu spät ist, sich fragen, was steht noch auf dem Zettel. Apropos zu spät, diese Anekdote kann ich jetzt euch allen nicht ersparen. Till und ich treffen uns auf dem Boot. Ich war schon zwei Tage da, hatte schon ein bisschen geschippt, so ein paar Sachen am Boot gemacht. Till kam nach. Jetzt war aber eine Bekannte, wie drücke ich das jetzt richtig aus? Muse, es war eine Muse. Ja, die hat flüchtig kennengelernt und die war mit ihren Eltern auf Mallorca, hat gesagt, rief an und meinte, ich habe noch ein paar Tage, kann ich nicht mehr auf dem Boot vorbeikommen. Also die kommt auf dem Boot vorbei. Jetzt muss man dazu sagen, absolute Vollgranate. Also wie es im Buch steht. Wie es im Buch steht. So, jetzt hat die sich oben auf der Flybridge gesonnen. Wir lagen im Hafen und du kamst vom Flughafen. Ich hatte hinten das Fenster auf und war so voller Taten dran. Ich habe eine geile Idee, setz dich mal hin. Komm hier, Tasse Kaffee. Wir müssen mal eben hier an dieser Nummer schreiben. Wir schreiben an der Nummer und ich hatte die da oben ganz vergessen. Und irgendwann kommt dir die Treppe runter, so ein Bikini. Du guckst mich an nach dem Motto, hast du noch alle Tassen im Schrank? Da muss doch mal was sagen. Für alle, die jetzt schon wieder die Nase rümpfen, es war keine, es war nicht das, was ihr denkt. Die war da wirklich nur. Ich kann das bestätigen. Und ich habe dann, und du sagst, hast du schon? Ich sage, nein, um Himmels Willen, um Himmels Willen. Ach Gott, wie lustig. Dein Gesicht. Ja, sorry. Ich hatte natürlich mit nichts gerechnet. Und auf einmal siehst du, das ist ja, siehst du von oben so, ein Bein durch die Luke, das andere, wohl geformt, braun gebrannt. Dann den Satz des Pythagoras, sozusagen als Bikinihose. Zwischen zwei gleichschenkligen Schenkeln gehört immer noch ein knappes Stoffdreieck. Dreieck. Genau, dann kam die Hyper in die Nuse. Und ich dachte nur, oh Gott, Gott sei Dank, habe ich noch nichts Verwerfliches gemacht. Ja, ich meine, wie oft ist es ja auch so, an Bord gekommen, erstmal alle Klamotten vorm Leib, sich sofort in die Badehose gestürzt. Dreimal an Stellen geschubbert, wo Männer sich nun mal schubbern. Ja. Warum kratzt der Mann sich eigentlich am Sack? Warum ist das so? Ey, da, verteufel doch eins. Da kommst du jetzt wieder, du, das hab ich. Hat unser Bundesjogi, hat's vor laufender Kamera gemacht und Lukas Podolski ist ihm beigesprungen und hat gesagt, komm Leute, wir kratzen uns doch alle mal am Sack. Aber warum ist das so? Aber keiner hat so schön den Finger dann an die Nase geführt wie Jogi Löw. Um dann dem vom Feld eilenden Cristiano Ronaldo die Hand hinzustrecken. Ey, ich hab mir, ich hab mir letzte Woche, ich hab mir letzte Woche, das ist so lustig, ey. Ich hab letzte Woche mit meinem Kumpel Mülli zusammengesessen, der auch drei Jungs hat und ein Mädchen. Ja. Ein Mädchen-Nachzügler. Ach, hat der so viele? Ich wusste gar nicht, dass der Kinder hat. Ja, vier, genauso wie ich. Wir sind die Vierer. Ah, okay. Top-Typ. Ja, ja, Top-Typ, Top-Typ, genau. Und auf einmal, wir hatten auch schon Fläschchen Champagner gelehrt und auf einmal beschlich uns auch die Frage, Mülli sagte, sag mal, Mädchen und Jungs, du weißt es, ich weiß es, es gibt einfach formidable Unterschiede. Und da kam genau dieses Thema auf, ne? Neulich stehe ich morgens auf und alle Jungs stehen auf und es stehen vier Typen da und alle sind sich am Schubbern wie Balou der Bär. Und warum machen Männer das? Da haben wir dann auch drüber diskutiert. Sogar, ich hab das dann tatsächlich gegoogelt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich weiß zwar nicht, ob diese Seite seriös ist, aber sie heißt wunderweib.de und die Autorin ist offensichtlich eine Frau namens Katrin mehrweilig. Eher so eine feministische Seite oder wie muss man sich das vorstellen? Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Es ist auch vielleicht einfach nur so eine Werbeseite, die sich so nennt, damit man, egal, pass auf. Es werden sechs Gründe aufgeführt, warum Männer das machen. Hör auf, der erste Grund ist relativ einleuchtend, es juckt. Okay, da wird gekratzt, auch am Hinterkopf und auch am Arm. Das kann man sich ja vorstellen. Und im sanitären Weichteilbereich ist ja ein gewisses, sagen wir mal, tropisches Klima. Ja. Da kann man sich ja vorstellen, dass da etwas mehr juckt, wenn es feucht und heiß ist, oder? Ja, oder manchmal ist es ja auch so wie im Bernsteinzimmer, Tropfen verharzen. Ja, okay, oh Gott. Ja, also da muss schon mal, das kann schon mal jucken. So, zweiter Grund, das beste Stück ist verrutscht. Ja, kennen wir alle. Es ist Dienstagmorgen. Eigentlich müsste er links, aber er ist rechts. Richtig. Beher zugegriffen und rüber mit dem 30 Zentimeter, Entschuldigung, die Fantasie geht mir gerade durch. Ja. Also rüber mit dem Bänge. Ja, aber Vorsicht, denn oft heißt es ja, das Tor ist auf, doch die Bestie schläft. So, drittens, Schweiß. Schweiß. Ja, ja, ja. Ja, gut, das ist auch relativ logisch. Viertens, man kratzt, und das fand ich jetzt ein bisschen unlogisch, Erektion steht hier. Erektion, aber kratzt du die, also, sorry. Ja, man ist ja auch ein bisschen stolz, ne? Gerade so mit steigendem Alter, wo man denkt, das hätte ich mir gar nicht mehr zugetraut, so ein Meisterwerk. Ja, ja, gut. Also, viertens fand ich, also, wie gesagt, fünftens, da bin ich wieder dabei, die Macht der Gewohnheit. Die Macht der Gewohnheit, ja. Da kann ich zustimmen, ich habe zwei Jungs gehabt, und es ist ja immer so, da gilt nicht umsonst, Brudertack, Hand am Sack, oder wie es immer so schön heißt, eine Hand immer am warmen Wasserhebel. An der Mischbatterie. Ganz genau, da kannst du... Vielleicht ist es ja so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, so existenziell, sich seiner eigenen Existenz versichern. Allein dadurch, dass man weiß, so, die Kronjuwelen sind noch im Tresor. Ja, also, jeder, der ein Kind aus der Opel-Gang hat, also, ein Rüsselsheimer zu Hause, weiß, das ist Urinstinkt. So, sechstens, tatsächlich, um zu checken, ob alles noch da ist. Ah, okay, siehste, da ist die Existenzfrage. Ja. Ne, ich kratze, also bin ich, so frei nach Shakespeare. Kratzito ergo sum. Ja, das ist... Wer kratzt, der lebt, ne? Ja, also, sagen wir es mal so, ja, aber es bleibt ein... Ich finde, es bleibt schon ein angeborenes Mysterium. Und, ja, Wahnsinn. Immerhin sind wir aus diesen verschämten Zeiten raus. Ja, immer wenn der Bundestrainer sich beim Länderspiel... Also, mehr Absolution geht ja nicht. Also, es ist ja fast mehr als, wenn Papst Franziskus sich beim Urbiet Orbi da nochmal das Ding entkraut. Und, ja, das wäre mal was, ne? So, Urbiet Orbi und zwischendurch... Das wäre schön, ne? Dann wüsste man... Wie hieß es doch damals... Dann würde der Petersplatz vielleicht sogar in Schniedelplatz umbenannt oder so. Ja, ähm... Wie hat das doch Freiberg damals, Peter Freiberg, bei den Konditors gesungen? Nachts im Vatikan. Was fängt denn wohl der Papst mit der Versuchung an? Achso, okay, kenne ich gar nicht die Nummer, aber... Er betet und, er betet und sowieso, äh... Doch, ich weiß, dass das nicht hilft. Schließlich ist der Gute auch nur ein Mann. Ja. Nachts im Vatikan. Kann ich mich noch dran erinnern. Shoutout, Peter Freiberg ist ein guter Mann. Das ewige Mysterio, das Zölibat, auch Zölibat, genau. Ja, aber damals hätte, äh, ich weiß doch, äh, alles sowas wurde von meiner Oma früher mit... Hände weg, du Fickel! Fickel! Wie lange habe ich das Wort nicht mehr gehört? Du Fickel, du alten Fickel! Ja, du alten Fickel! Bah, was bist du, ein Fickel! Saubär! Du alten Fickel! Ey, das ist doch ein typischer Ruhegebiet, oder westfälisch. Glaube ich, ist es wahrscheinlich eher, ne? Du Fickel! Du Fickel, alte Potzaur, du! Ja, herrlich, ey! Mein Alter, der hat auch immer so gerne so Wörter benutzt, äh, Fickel, Tonto, war auch immer ein gepflegter, Mann, du Tonto, äh, also Doofmann, Bratbär, hat er auch immer gerne benutzt. Bratbär? Ja, du, Mensch, du, äh, wenn er Auto fuhr und jemand vorher ihm machte Scheiß, und das waren eigentlich immer alle grundsätzlich, weil er war ja, er war ja Vertreter und hat natürlich so hunderttausend im Jahr abgerissen, ne? Und dann ging das, kaum tauchte vor ihm einer auf, hieß es immer nur, Tonto, Toni, du Bratbär, ja, du Ochse, ne? Und, äh, dann richte er sich auf und war am Schimpfen. Einmal, ey, einmal hat er sich so aufgeregt, dann hat er mit der Faust gegen die Windschutzscheibe geschlagen. Nee, nee. Und, und das nächste, was passierte, war bei Tempo 100, das ganze Ding am Splittern. Oh Gott, also, der war so ein jähzorniger Typ, oder was? Ja, er war jähzornig und er war sehr stark, er war sehr stark. Ja. Ja. Er war, er war klein und gedrungen, ne? Aber, äh, so in der Zeit, ich würde mal so sagen, als mein Bruder und ich schon so 50 Kilo gewogen haben, jeder, war sehr beliebt, da legte er sich da auf den Rücken und sagte, stellt euch mal in meine Hände, da mussten wir uns so mit den Füßen in seine Hände stellen, einer links, einer rechts und dann hat er uns einfach nach oben gedrückt, ne? Ach. Ja. Also, richtig war dem Ärmel. Ja, ja. Ja, ja. Er wurde, er wurde bei uns im Verein, wurde er nur der Hai genannt. Och, der Ärmel, ist ja geil. Ja, und ich war dann dementsprechend oft auch der kleine Hai. Ja, obwohl ich mal eher sagen würde, dass ich damals so gefährlich wie eine Qualle war. Du warst ein Fickel, warst du. Ja, das auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall, ey, was ein geiles Wort, ne? Ja, ja, ja. Fickel, ey. Ja. Ich hab... Mann, 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 ey. Ah. Sag mal, hast du die Oscars gesehen eigentlich? Ach, übrigens. Nee, warte, behalt den Gedanken. Eine Geschichte muss ich noch von Mülli erzählen. Ja. Mülli und ich, wir sind ja, Mülli noch mehr als ich, so relativ einfach groß geworden. Also, das heißt, wir haben nicht da gewohnt, wir haben nicht im Einfamilienhaus-Ghetto gewohnt, sondern eher so die belebten Ecken. Ja. Und Mülli hat es da noch eine Ecke härter getroffen und der hatte, um die Ecke da, wo er lebte, war eine Bude. Also, für alle, die nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen, eine Bude, ein Kiosk, also so ein kleines Lädchen, wo man Tabak, Zeitungen, Süßigkeiten... Ja, für alle Berlinern ein Späti. Ja, also, um die Ecke bei ihm war eine Bude und da stand auch so ein, ja, heute würde man wohlwollend vielleicht sagen, so ein grauer Panther drin. Also, eine etwas ältere Dame, permanent Kippe im Mund. Mein Alter hätte jetzt gesagt, Honolulu-Spätlese. Ganz genau. Oder auch immer irgendwie so ein, leicht alkoholisiert wahrscheinlich. Auf jeden Fall war er ungefähr elf Jahre und ging an diese Bude und sagte also zu der älteren Dame, ich hätte gerne einen braunen Bär. Gott, Gott. Vaterunser, der du bist bei ihm. Und sie antwortete, Junge, brauner Bär ist aus, aber einen grauen, den kannst du gerne haben. Ich übersetze nochmal, brauner Bär ist aus, aber einen grauen, den kannst du gerne haben. Oh Gott. Und Millie sagte nur, wie er völlig verstört von der Bude wieder weggegangen ist. Und auch wahrscheinlich erstmal gebetet hat. Ja, 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 ja. Du bist ja nur Chronist hier, ne? Ich bin nur Chronist, ey. Wahnsinn, ey. Das waren, ey, früher, nee, früher war auch alles scheiße. Wir können es wieder nicht oft genug sagen, ne? Das arme Kind, ey. Aber ich, er hat sie, ich hab, ich hab ihn angeguckt und gefragt, ist diese Geschichte wahr? Und er hat gesagt, ja, ich sag, kann ich das nächste Woche erzählen? Er sagte, das kannst du sagen, das ist so passiert. Verdammte Hacke. Ey, sag mal, wo du gerade bei Kiosk Kultur bist, kennst du noch für Dortmunder Kronen, Dortmunder Kronenpilz? Die hatten immer so blaue, wer ist denn da, dieser Verschluss oben drauf? Kronkorken. Kronkorken, die hatten immer so blaue Kronkorken. Kronenexport, am Kiosk genannt Kronensport. Ja. Und noch volkstümlicher Blauköppe. Blauköppe. Das erzählte Peter Freiberg immer, von dem er eben schon die Rede war, aus Dortmund. So ein Nachbar ging dann immer an Kiosk, sagte, drei Blauköppe, eine sofort. Klingt so ein bisschen Ditsche-mäßig, ne? Ja. Machen wir mal bitte einen Hobel klar. Aber so Ruhrgebiet, ne? Du hast hier drei Blauköppe, eine sofort. Ehrlich. Hat Peter Freiberg nicht auch diese eine Geschichte erzählt, von dem Luden in dem Benz? Ja, nee, das war kein Lude, der hatte eine Firma für Straßenmarkierung. Ach so, okay. Peter Freiberg ist ja eigentlich auch das Ruhrgebiet. Also ich kenne keinen, der das mehr und wortgewaltiger verkörpert als Peter. Wie ging denn die Story nochmal? Also der Typ, auch im Fitnesscenter, wo Peter war, auch sehr trainiert, 56er-Opa-Arm, bei glaube ich 1,74 Meter Körpergröße. Den gleichen Armumfang wie Arnott Schwarzenegger. Oh Gott, oh Gott. Zog immer ein T-Shirt hoch, um den Bauch zu zeigen, vorm Spiegel und sagte immer, besten Bauch hab ich, wieso? Der hatte so eine kleine Firma. Besten Bauch hab ich, wieso? Genau. Der hatte so eine kleine Firma für Straßenmarkierungen und fuhr einen goldmetalligen 560er SEC. Wie wir ihn auch, genau, mit Razierblennen, wie wir ihn auch aus Bang, Boom, Bang kennen. Ja. Und wenn der so gute Frauen auf dem Bürgersteig sah, da fuhr der da immer so mit seinem Säck rüber und schmiss auch schon mal Geld vor die Füße. Oh Gott. Einfach so Kleingeld. Hilfe. So nach dem Motto Puppetanz, ne? Oh Gott, wie schrecklich. Ja, er hatte ja keine natürlichen Feinde. Und weißt du noch, so in den 80er Jahren, da war bei den Frauen so T-Shirts angesagt, wo so crazy vorne drauf stand. So neonfarbene. Ja, natürlich. Crazy, ne? C-R-A-Z-Y. Crazy. Und jetzt kam ihm auf der linken Seite, kam ihm so eine Perle entgegen, die hatte auch so ein Crazy-Shirt an, kurzen Rock-Crazy-Shirt. Und die war sehr üppig im Brustbereich und er fuhr dann da rüber, hatte es schon Kleingeld in der Hand und schmiss ihr das Geld vor die Füße und er konnte das Zähne nicht lesen, weil die so üppig war. Und rief ihr nur zu, Rasi, Rasi, du, ich geb dir gleich Rasi. Schaut auch an Peter Freiberg, die Geschichte habe ich von ihm. Rasi, gib dir gleich Rasi. Peter kann die Geschichte natürlich noch besser erzählen, also an alle Redakteure, die jetzt zuhören, wenn ihr wirklich geile Geschichten über das Ruhrgebiet hören wollt, wendet euch an Peter Freiberg. Ja, unbedingt, unbedingt, ey. Oh Gott, geile Geschichten, apropos geile Geschichten. Ich habe jetzt am Sonntag, was ich gerne mache, mal Titel, Thesen, Temperamente gesehen und bin eingestiegen als Mats Mikkelsen, der Schauspieler. Ja. Gerade anfing zu reden und den finde ich ja sowieso total gut, Mats Mikkelsen. Ja, vor allen Dingen seit der Werbung für Occhio-Lampen, super. Äh, die kenne ich jetzt nicht. Ja, ja, so eine ganz exklusive Lampenserie. Aha. Wenn du die mal sehen willst, so in großer Zahl, komm einfach zu mir. Ja, in deinen Lampenladen. Genau. In Atzes-Lampenladen. In Atzes-Lampenladen. Wir tanzen die Puppen nur. Ganz genau. Hallo Ballett. Auf jeden Fall hat er wohl in einem Film jetzt mitgespielt, der heißt, glaube ich, auf Deutsch Der Rausch. Ich glaube auf, im Originaltitel heißt er, glaube ich, Spirits oder Spirit, Spirits. Auf jeden Fall geht es wohl offensichtlich darum, dass vier Freunde beschließen ein Experiment, nämlich jeder hat jeden Tag mindestens 0,5 Prozent Alkohol exakt drin. Und die wollen dann einfach gucken, was passiert. Ja. Und, naja, offensichtlich eskaliert das dann wohl in schwere Abhängigkeit oder ähnlich. Und trotzdem fand ich den Ansatz des Films einfach total interessant. Ja. Und dann wurde der Regisseur auch noch interviewt und der sagte da eben halt, ja, trotzdem wäre sein Film einfach ein Plädoyer dafür, mehr Kontrolle, für mehr Kontrollaufgabe sozusagen. Ja, 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 sich selbst zu vergessen und mehr Raum für Inspiration lassen. Ja, dass wir uns nicht permanent reglementieren und kontrollieren, dass das natürlich alles schwer ist und gerade mit Drogen schwer wahrscheinlich nur in die Hose gehen kann, macht den Film ja letztendlich nur noch interessanter. Ja, absolut. Also, da bin ich ganz, ganz gespannt drauf, weil natürlich auch hieß es dann, Mats Mikkelsen spielt großartig da, wo andere ganze Sätze brauchen, da guckt er einfach nur und sowas alles. Sehr gespannt. Ich will den Film. Sehr gespannt auf diesen Film. Ja, ja, ich will den Film. Kommt leider erst im Juli in die Kinos. Hoffentlich. Ja. Toi, toi, toi. Sag mal, willst du mir, jetzt weil du über diesen Film sprichst, so ein bisschen zu verstehen geben, dass ich mein Leben mehr genießen soll und dass ich es mehr krachen lassen soll? Noch mehr? Ich fasse das so auf. Ich bin wohl eher der Ansicht, dass gerade du mehr Kontrolle brauchst. Also alle sollen den Film sehen, nur ich nicht. Ja, ganz genau. Genau, du hältst dich weiterhin schön an meine Vorgaben, dass wir das schon mal, wenn ich sage, wenn wir demnächst wieder zusammen das Buch schreiben, wenn ich sage, du gehst ins Bett, dann will ich auch weiterhin, dass das dann passiert. Genau, wollte ich gerade sagen, habe ich doch gemacht, aber ja, okay. Und das soll auch ich auch weiterhin machen, ne? Ja, du hörst weiter. Also wir haben doch den Deal, ich, du animierst mich weiterhin, etwas weniger Selbstkontrolle auszüben und ich im Gegenzug ermahne dich ab und zu etwas strenger mit dir zu sein. Okay, 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 okay. Also mit dem Deal sind wir doch immer, wir beide sind immer unfuckable, believable, wollte ich sagen, unbelievable, gut gefahren. Ja, deshalb auch Doubleshot Motherfucker. Ganz, ganz, ganz genau. Oh Gott, ey, was ist das denn jetzt schon wieder für ein wilder Ritt gewesen? Hammer, ne? Ja, ich finde... Wahnsinn. Ja, bevor wir zu unseren Songs kommen, habe ich mir ein Gedicht von Wilhelm Busch rausgesucht, der passt haut nochmal in die Kerbe, wenn du da erstmal liegst und dich nicht mehr bewegen kannst und so weiter. Oh ja. Und das ist vielleicht eine schöne Überleitung zu unseren Songs. Ja, warte, warte, okay, dann lass mich vorher noch einen Haken anbringen, bevor wir dann sozusagen besser überleiten können. Sag mal, wer hat den größten... Ich. Sehr gut. Was glaubst du, wer in Europa trinkt am meisten Kaffee? Welche Nation? Warte, jetzt würde man ja auf die Italiener tippen. Vielleicht wir Deutschen? Ne, ich mache es ganz schnell, das hat mich aber auch total geflasht. Die Finnen, die Finnen, der Finne, der Finne... Kaffee, nicht Wodka. Ja, ne, ja, Wodka wahrscheinlich auch. Aber der Finne trinkt am meisten Kaffee, brüht den auch irgendwie ganz speziell auf, dass er relativ sauer ist. Und da gibt es wohl ein Bild von Emmanuel Macron. Das ist auch so Brauch in Finnland, dass man jedem so einen Kaffee da hinstellt. Und er hat den wohl genippt und wurde dann fotografiert, wie er wohl ziemlich sparsam guckt. Wobei der Franzose das natürlich sowieso für sich in Anspruch nimmt, egal wo er ist, die Küche schlecht zu finden. Kann man natürlich auch gut machen, wenn man die beste Küche der Welt hat. Natürlich. Also die Finnen trinken zwölf Kilo pro Kopf. Ja. Dann kommen die Niederlande und danach kommt Schweden. Und das, was man am meisten... Ich hätte auch, wie du gesagt hast, so Italien. Hier, sie, Espresso, Cappuccino, sie, molto bene. Ja, ja. Aber von wegen, ich glaube, wir Deutschen trinken sogar noch mehr als die Italiener. Aber das hat neulich meinen ganzen Nachmittag gerettet, weil ich da einfach mich mal wieder total verloren habe. Ja, das ist auch eine schöne Information. Ja, 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 ja. So, jetzt aber bitte dein Gedicht. Ja, und die Idee kam. Von daher, dass ich dachte, wenn du im Leben viel aufeinander legst, eben auch Gelder und Reichtümer anhäufst und so, was nützt dir das? Wie es so schön heißt, das letzte Hemd hat keine Taschen und ist bügelfrei. Und es gibt ja auch Leute, die halten sich für unentbehrlich. Ja. Und von diesem Gedanken aus habe ich bei Wilhelm Busch ein Gedicht gefunden. Und das heißt auch, wirklich, er war unentbehrlich. So, ich lese es mal vor. Wirklich, er war unentbehrlich. Überall, wo was geschah, zu dem Wohle der Gemeinde. Er war tätig, er war da. Schützenfest, Casinobälle, Pferderennen, Preisgericht, Liedertafel, Spritzenprobe. Ohne ihn, da ging es nicht. Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hat er frei. Gestern, als sie ihn begruben. Richtig, war er auch dabei. Und das ist es, ne? Ja. 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 Ja, ja, ja. Und denkt immer daran, Leute, ihr könnt nix mitnehmen. You come from nothing and you good to nothing. Ja. Und du darfst nix mitnehmen. Also, vergesst das Leben nicht. Ja. Super, das ist wirklich eine tolle Überleitung. Gerade zum Beispiel auch für meinen Song, den ich für heute für unsere Spotify-Liste ausgesucht habe. Ja. Ich mach's mal einfach ganz kurz. Ich liebe sie nicht besonders. Die Doors sind mir meistens... Oh, dann haben wir heute schon mal was gemeinsam übrigens. Ja, da sind wir unabgesprochen. Nein, nein, aber ich hab auch einen Künstler, den ich nicht, wo ich nie Fan war. So, sagen wir es mal so. Gut, weiter. Ja, aber es gibt zwei Songs von den Doors, die mag ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne und die lösen immer was in mir aus. Und einer davon, den benenne ich heute Abend, das ist der Roadhouse Blues. Okay, kenn ich sogar. Und wenn ich den höre, da krieg ich, ey, das reißt mich mit, da komm ich in Schwung und... Und finde ich einfach super. Und da heißt es ja unter anderem im Text Well, I walk up this morning and got myself a beer. The future is uncertain and the end is always near. Let it roll, baby roll. Passt ja super zum Thema, oder? Ja, das ist es, die Zukunft ist ungewiss und das Ende ist immer nah. Also, nicht das Leben vergessen, Leute. Ja, ja. Und dazu, jetzt sind wir nicht zu einem Thema gekommen, was ich ganz groß machen wollte heute, machen wir vielleicht nächste Woche. Nämlich unglückliche Beziehungen und ja, wohin treibst dich und keine Entscheidungen treffen, weil du Angst hast vor Veränderungen und so. So, und jetzt komme ich mit dem Song, bitte zog nicht zusammen. Nein, 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 nein. Ich habe viele Konzerte von diesem Künstler gesehen. Udo Jürgens ist gemeint. Ja. Und also, ich war nie großer Udo Jürgens-Fan, aber Freunde von mir haben seit 500 Jahren bei ihm die Technik gemacht, Lichttechnik, Tontechnik, habe ja schon die eine oder andere Anekdote hier erzählt. Und er war immer, er war immer auf dem Platz und dem ging es immer um alles. Und es gibt ein Lied von ihm von 1979, das heißt, ich weiß, was ich will. Okay. Und da geht es darum, dass er jetzt, dass ihm klar geworden ist, dass er nichts aufschieben kann, dass er, er will lieben, er will machen, er will durch die Welt ziehen. Es kommt sogar eine Zeile vor, die würde man ihm heute rausstreichen, die war aber sehr positiv gemeint, was das Wort nicht besser macht. Er singt, ich weiß, was ich will, ich will wie ein Zigeuner mit dir durch die Welt ziehen. Das hat er aber sehr positiv gemeint, ohne dass wir jetzt noch weiter darauf eingehen. Ich will dich fühlen, wenn er morgen erwacht, wo du Jürgen mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht. Ich weiß, was ich will und dann singt er zum Schluss sogar, will ich zu viel. Ich will alles, will ich zu viel. Und ja, ich finde die Aussage des Liedes so toll und deswegen würde ich sie gerne da reinnehmen. Da habe ich eine alte Aufnahme gefunden von einer Startparade von 79, vom Dezember 79. Überleg mal, wie lange das her ist. Über 40 Jahre. Und dann siehst du, wie die Band da spielt und im Hintergrund ist, für die Stimme, für diese Chorstimme wird man die wahrscheinlich heute noch totschlagen. Da singt so eine Sängerin so, so ganz hohe. Aber gleichwohl muss man bedenken, wie geil das eigentlich war, in seiner Show aufzutreten mit Orchester, mit Chor, mit Streichern und dann die ganze Nummer zu machen. Hammer, oder? Ja, ja und weißt du was, und das ärgert mich im Nachhinein immer noch als verpasste Gelegenheit. Wir waren mit Till und Obel bei der RTL Löwenverleihung, die damals noch eine Riesennummer war. Ich glaube 91 oder sowas in der Westfalenhalle Dortmund rappelvoll. 15.000 Menschen und wir waren dabei und sollten zwei Songs machen, nämlich With a Little Help from my Friends. Ich sollte da meine Joe Cooker-Parodie machen, habe ich auch gemacht. Und für We Are The World hat man uns angeboten, dass das versammelte Orchester das mit uns spielen würde. Ach, das wäre ein Hammer gewesen. Und wir Idioten haben natürlich abgelehnt. Oh Gott. Und das ärgert mich bis heute, weil heute habe ich eine Ahnung davon, wie das ist, wenn so ein Orchester dir in die Glieder fährt. Ja, ja. Was das für ein Sound sein muss, für ein Wahnsinn. Und heute bereue ich das. Damals waren wir so ablehnend. Nee, ah nee. Hey, wir machen hier unseren Zeug. Lasst uns in Ruhe mit eurer Alten. Ja. Ja. Und heute, das ist... Ja, heute würde ich mir so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wenn du mich brauchst, ein Ton. So. Super. Ich könnte aber höchstens den Bob Dylan machen. Ja, aber das wird doch schon reichen. Dann mach du alle anderen, ja? Ich mach alle anderen. Ich mach alle anderen. Oh Gott, ey. Kennst du dieses Video, wo Stevie Wonder Bob Dylan parodiert und ihm vormacht? Also Dylan, the making of We are the world. Dylan dreht sich um zu Stevie und sagt doch mal, ey Stevie, wie soll ich's machen? Und Stevie Wonder sagt dann, pass auf, hey, you know, make it like this. There's a choice you make it. Please aim. Und macht es ihm so vor. Das ist so lustig, ey. Und viele haben sich da immer damals so kaputt gelacht, weil, ja, Bob Dylan kann ja auch nicht singen und so, aber ich kenne so viele Leute, die sehr gut singen können und andere Leute Songs nicht singen können. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Aber dafür braucht man auch Lebensweisheit. Genau, wir sind auf dem Weg dahin. Ganz genau. Ich hab das Licht gesehen. Wie geht das noch mit den Blues Brothers? Scheiße, was ist? Die Bullen. Scheiße. Nee, ich krieg's nicht hin, aber ich werd's mir nochmal anhören. Nee, ich kann aber nicht den Film gucken. Nee, den Film krieg ich auch nicht hin. Aber alles gut, wir haben einen wahnsinns Ritt heute. Super, hat mir sehr gut gefallen. Bitte merkt ihr das für unsere nächste Folge, was wir heute nicht mehr sagen konnten. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Doch wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Schreibt uns, liebe Cousinen, an mail.erzerrtliche-cousinen.de über eure Trauererlebnisse oder über eure Danken darüber oder was euch einfach an der Folge gefallen hat oder auch nicht. Und vergesst nicht, unsere Fame-Forest-Cousinen-Schorle zu bestellen, damit wir viele Bäume pflanzen können. Das war's. Ich verabschiede mich von dir, lieber Atze. Und bedanke mich für diesen zauberhaften Vormittag mit dir. Ich bedanke mich auch. Lecker, 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 als ich noch fliegen konnte, als ich noch fliegen konnte. Ja, Rasi, Rasi, ich geb dir gleich, Rasi, ich geb dir gleich. Besten, wie war das? Besten Bauch hab ich Fiso. Ja, 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 ja. Und wenn er Geld auf dem Gehsteig warf, dann rief er auch gerne mal Hallo Ballett. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Himmel ist erschrecklich.